Hallo zu Sunday for Freud, Folge Nummer 30. Heute geht es mal nicht ums Quatsch, sondern um ein Geländewagen, der sich ordentlich fest gefahren hat. Wenn es das Video gefällt, lasst zum Schluss gerne einen Daumen da oder abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Viel Spaß bei dem Video. Also, wenn es die Leute auf dem Video geht, sind die Leute auf dem Video. Ich bin schon mal ganz Topf, aber ich habe das Video in der Videobeschreibung. Da ist es nicht so gut. Das Video ist gut. Ich habe ein Video. Und dann kommt der Video in der Videobeschreibung. Dann kommt der Video in der Videobeschreibung. Ich bin nur noch ein Video. Es ist gut. das hängt halt in der luft nee das biege ich dann doch noch nicht so hat er der pausche hoch der hat sich irgendwie umdraben Lass man aus der rechten Seite aus dem Loch rausfahren. Ey, komm da nicht mal vor, zurück! Lass mich mal hinten reinsetzen, dann hoffen wir, dass die 80 Kilowatt drin fängt, glaube ich, aber ja. Ohne geile Luft. Stückelrunde, komm, isser! Stückelrunde, komm, komm! Ah, längst. Also rückwärts kommst du nicht raus. Wenn, dann nur noch vorwärts. Also rückwärts brauchst du nicht versuchen, vor dem Vorderrad ist so ein Huckel. Da kommst du nicht drüber. Vorne ist so ein Huckel? Ne, zurück, wenn du zurückfährst. Ach so. Also du kannst nur nach vorn. Machen wir nach rechts, sonst alles passiert. Auf die Stuhlzange drauf, wenn der mit ihm mal ein Grip kriegt, dann... Versuch mal auf die Hängerkupplung hinten drauf zu treten. Und dich oben festzuhalten. Oder so. Ich muss doch schon mal hier reinkommen. Ach da, ich fliege nicht raus. Du kommst immer tiefer. Abschlepp sein? Ja, da kann man auch. Ich bin echt kränisch. Jetzt ist schon mal der Huckel. Ja. Schaukel oder zieh? Ja, immer nicht. Ja. 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 Und ich wollte halt schon. Ja. Okay. Machen wir hier vorne raus? Ja.